Leute, lasst euch nicht von der Prominenz hier hinten ablenken, um die Prominenz geht es jetzt gar nicht, sondern es geht um die zukünftige Prominenz. Ich weiß nicht, ob ihr die Dame noch kennt, war bei mir auf dem Bootcamp, das war die Dame, mit der ich auf dem Line-Set hoch bin und mit Livestream, ich weiß nicht, ob ihr die Sequenz kennt. Übrigens, Denise war auch mit dabei, ich nutze immer noch ihr Preset, Lightroom-Preset und du bist heute auf der Bühne. Ja, ich bin heute auf der Bühne und werde rocken, ist es mal live, ist unser Motto. Ist das der Kameramann? Natürlich, ich habe meinen Kameramann dabei. Willst du mich verarschen, was ist das hier? Du rennst hier mit der Redroom und machst einen Vlog. Und ich sage trotzdem, dein Vlog geht nicht so geil wie meiner mit der Liga. Alter, der rennt... Warte mal, ich habe ja Fotografen unter mir. Wie machst du das? Zeig mal, ne ne. Der verarscht mich doch, oder? Wie viel Kohle hast du da in der Hand? Weißt du doch. Ne, welches Modell ist das? 30? Ne. Kleiner. Kleiner. Zehn. Fünfzehn. Du hast die Crème de la Crème rausgesucht. Und du mit so einer scheiß Sony-Kamera hier. Ja, drei. Also, entschuldige mal bitte. Ich sage ja, das ist ja mein Nonsens-Kanal, ne. Hier wird Klartext geredet. Aber geil. Also, ich habe hier so eine gute Kamera, die nicht gut ich hier gekauft habe. Ach, du hast sie hier? Ja, sie ist ja. Ja, es ist ja Sony, ne. Wir sind jetzt praktisch... Sorry, ist... Nein, die Kamera ist super. Ja, ne? Ich disse nur ein bisschen gegen Sony, weil ich hier Canon bin. Da kannst du auch mit einer Red einpacken, weil die Canon Legria alles wegballert. Weil meiner hat Style. Guck, meinst du so Freestyle? Das kannst du gar nicht machen. Mach doch mal nach, hä? Guck mal, hier. Kann man gar nicht. Kann man das gar nicht so gut machen. Das geht nur mit der Legria, hä? Und guck mal, pass mal auf. Mach mal nach. Achtung. Hey! Hey! Ja, werf mal hoch. Mach mal nach. Hey! Hey! Ja, das geht nur mit der Legria. Ich habe noch eine zweite zu Hause. Du auch? Ja. So, Freunde. Das war ein kurzer Einblick hier auf dem Nonsens-Kanal. Und gerne Meinung unten rein posten. Liebe Grüße. Ja, mach. Schöne Grüße. Ciao.